guten tag werte gäste der mesamanga ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen zu diesem info video ich möchte ein wenig über die momentane lage auf dem kanal berichten und warum die dinge momentan so sind wie sie sind ich möchte auch gar nicht zu sehr unbedingt ins detail gehen nur möchte einfach sagen ich habe momentan lust über bestimmte dinge mehr zu machen und über bestimmte dinge weniger das hat die diverse gründe sage ich mal zum einen etwas was mir so ein bisschen die laune am video machen selbst kaputt gemacht hat ist ein bekannter ein bekanntes unternehmen den wahrscheinlich der eine oder andere von euch auch nutzen wird oben in diesem lande anime zu schauen und zwar spreche ich von crunchyroll die manga review zu shokugeki no soma food wars die aus einem standbild so ihr kennt es ja mittlerweile aus einem standbild bestand in dem ich einfach nur so wie jetzt auch ganz normal meine gedanken niedergebracht habe in einer unglaublich dreiviertel stunde ich weiß es nicht mehr ich sehe es nicht mehr denn das video wurde von crunchyroll einfach gelöscht gelöscht ich kann das nicht mehr sehen ich kann das auch nicht mehr für mich erneut runterladen ich kann gar nichts machen ihr könnt es auch nicht sehen und ja aufgrund von copyright gedöns und dementsprechend habe ich einen strike auf diesem kanal bekommen was immer sehr sehr riskant ist weil man ja nur maximal drei haben darf das ist natürlich etwas was mir schon mal passiert ist allerdings nicht von crunchyroll ich habe damals mit denen gesprochen gehabt habe quasi gesagt hey das war nur ein standbild mehr nicht und der strike wird mir wieder genommen crunchyroll hingegen hat das ein bisschen anders gemacht ich habe auf twitter nicht bei crunchyroll kann man schon sagen beschwert und daraufhin hat ein social media mensch von crunchyroll direkt geantwortet und hat gesagt ja gibt mir den code also gibt mir die die nummer von diesem video und dann leite ich das weiter und dann check ich das ab und dann habe ich gedacht okay cool jemand hilft mir das ist ja nett darauf sind sind jetzt wochen vergangen irgendwann habe ich mich da noch mal gemeldet habe gefragt hey wann kann ich denn mit einer antwort mit einer reaktion rechnen keine antwort keine antwort keine antwort jetzt müsste es mittlerweile ein monat sein zwischenzeitlich habe ich auch einfach mal crunchyroll direkt per e mail kontaktiert was nicht so einfach ist wie man es sich vielleicht vorstellt es gibt nicht wirklich einen ansprechpartner bei crunchyroll es sei denn man hat dort einen account und hat intern probleme aber bezüglich dieser hinsicht gibt es das leider nicht und wie ihr euch vielleicht denken könnt wow keine antwort wie freundlich habe das dann noch mal per twitter versucht zu ein letztes mal so ein hoffnung funke hatte ich dann ein funken hoffnung hatte ich da noch auch der war nichts dementsprechend habe ich einen strike einen strike über ein video das meiner ansicht nach sie keinerlei rechte haben einen strike zu vollführen und weil es weder was mit anime zu tun hat noch hat es etwas mit bild content zu tun das heißt ich habe kein video dort abgespielt kein gar nichts das ist nur eine collage das war eine collage von diversen bildern aus dem manga und fertig mehr nicht es war wirklich nichts wo man striken sollte und dennoch wurde es getan und ich denke das ist crunchyroll bewusst aber anstatt den fehler einzugestehen haben sie wohl gedacht ach das ist ein kleiner youtube kanal der kann nicht viel aufsehen erregen womit sie leider recht haben und dementsprechend ignorieren wer das ganze was soll die person denn schon machen wo sie leider recht haben dementsprechend werde ich jetzt mit einem strike durchs leben laufen und werde in zukunft eben halt angst haben dass wenn ich einen halbwegs neuen manga präsentiere euch dass ich das risiko einfahre random von crunchyroll gestrikt werde 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 und das ganze video dann gelöscht wird ich habe nicht viel platz ich habe auch nicht diese videos in irgendeiner bubble oder sonst was dementsprechend ist das video weg und wenn ich das von crunchyroll nicht wieder bekomme ist das eine arbeit die ich mir dann doch da gemacht habe die einfach verschwunden ist ist schade ist traurig dass sich da keiner meldet kein gar nicht das komplett ignoriert wird wäre ich wahrscheinlich hätte ich wahrscheinlich einen größeren bereich den ich ansprechen könnte auf twitter und co dann werden die wahrscheinlich sofort da weil dann geht es ums ansehen aber so bei den paar leutchen die mehr so manga noch verfolgen ist es natürlich klar da wird nichts groß passieren schade dass diese einstellung so ist bin ehrlich gesagt enttäuscht habt mir ein bisschen mehr professionalität erhofft aber bringt auch nichts darüber irgendwie zu heulen weil es wird nicht besser und dementsprechend muss ich damit leben das heißt aber wie gesagt halt auch dass ich vielleicht abstand halten werde von neuen manga zu reden weil die chance ist da dass sie im nachhinein das video gelöschen werden weil es als anime rauskommt irgendwann vielleicht doch eines tages und dementsprechend als anime bei crunchyroll landen könnte und dann kann das gleiche wieder eintreten das möchte ich vermeiden deswegen das tut mir leid ich würde gerne über den einen oder anderen neuen sage ich mal manga vielleicht sprechen aber die angst ist einfach da und zwei strikes kann ich mir noch leisten und dann ist mein kompletter youtube kanal weg das wäre wirklich wirklich traurig sage ich mal so ist jetzt nichts uplifting ich weiß aber so ist es halt das ist der fakt und deswegen weiß ich momentan nicht wie ich da vorgehen soll bei anime reviews werde ich mich in zukunft auch daran halten alles was momentan bei crunchyroll läuft werde ich nicht reviewen ich weiß nicht warum warum sie davor so angst haben aber sie wollen scheinbar keine werbung haben die sie nichts kostet ich verstehe dieses konzept immer noch nicht aber ich das habe ich habe immer so das gefühl leute die mit dem internet nicht groß geworden sind haben diese das ganze ins leben gerufen weil ja weil die einfach kein blassen haben wie das internet funktioniert und wie gesagt dementsprechend keinen bock auf scheinbar werbung haben hingegen jemand der oder eine organisation die absolut kein problem hat damit dass man werbung macht zumal natürlich wenn man kein geld damit verdient das ist klar aber das wird bei meinem kanal niemals im leben der fall sein es sei denn er sieht werbung dann kann es sein dass da irgendeine band oder sowas wo ich mal ein track benutzt habe zum beispiel ein anime soundtrack oder sowas dass die revenue bekommen also viel spaß mit den zwei cent so aber sie werden es bekommen und das ist auch deren recht und das ist auch in ordnung da werdet ihr dann vielleicht mal werbung sehen aber es ist nicht meine ihr könnt davon ausgehen ich habe keine einzige werbung und wozu auch das ist ein hobby projekt und wenn das irgendwann nicht mehr ist dann dann ist es halt so ich werde trotzdem niemals geld dafür verlangen weil das einfach nur ich bin meine meinung und bild nichts weltbewegendes so gesehen auch wenn wir ihnen das ein oder andere aber aber video mehr arbeit reinstecken wie zum beispiel in den hololife abend da haben wir sehr viel energie und zeit und ja vor allem floh auch viel energie und zeit rein investiert und es freut uns dass wenigstens ein paar leute da wirklich scheinbar ihren spaß hatten oder ich hoffe zumindest ein paar likes hat es gegeben mehr kann ich bei mehr so man auch nicht erwarten aber das zeigt uns zumindest dass die leute das gut fanden und das freut uns auch so was freut uns dann und ja ich rede halt von hololife die haben kein problem mit die haben internet tatsächlich verstanden man kann clips aus den streams posten auf twitter und co ohne dass die leute dagegen eingehen man kann clips übersetzen und die hochladen auf youtube ohne dass sie gegen einen gehen warum weil das eben halt werbung ist das ist kostenlose werbung da hat es jemand tatsächlich verstanden und ohne diese werbung und ohne diese translations wäre hololife nicht das was es heute ist oder momentan ist und ja da kommen wir auch zu dem thema ich habe es ja schon in diversen videos gesagt ich bin mittendrin und habe meinen spaß dran ich mag diesen diesen wholesome content wie man es gerne bezeichnet es einfach alles lieb und schön und freundlich und niedlich und lustig und ich denke mir da immer wieso nicht warum in dieser welt wo viel viel auf sag ich mal negative publicity aus ist sei es jetzt twitter sei es das internet allgemein sei es medien da einfach mal was angenehmes leichtes lustiges sich zu gönnen und da mit spaß zu haben und da vielleicht tiefer in die materie zu gehen ich sehe da absolut kein problem man muss es nicht mögen aber für leute die es mögen die haben einfach eine gute zeit und ich finde das absolut legitim und absolut in ordnung und mehr als vertretbar und deshalb bin ich auch eben im momentan so ein bisschen dabei dass ich immer wieder neige zu überlegen habe ich lusten hololife video zu machen also fernab davon ich will damit nicht irgendwie aufsehen erregen oder sowas will meistens nur einfach zeigen dass mir spaß macht so wie es eigentlich mit den ganzen videos davor auch gemacht habe ich habe ab und zuletzt place und streams gemacht warum weil ich gerade lust dazu hatte ich habe über manga geredet die keine sau kennt warum weil ich lust dazu habe ich habe lust über aktuelle manga zu reden warum weil ich lust dazu habe ich habe lust über anime und irgendwelche zum beispiel auch echten real life sag ich mal drama japanische drama serien und so weiter zu sprechen oder filme warum weil ich dazu lust habe ich habe lust irgendeinen dummen scheißdreck zu machen und den dann in die playlist maison random zu packen warum ich dazu lust hatte und ich kann es verstehen dass es den ein oder anderen vielleicht nervt oder nicht interessiert aber es tut mir nicht leid es tut mir auch nicht leid das zu sagen denn ich habe meine freude dran mir macht das spaß und ich fühle dass dieses hololife ein stück weit dazu beitragt dass ich zumindest im privaten einfach kreativer bin kreativen wir im schreiben ich bin kreativer im in anführungsstrichen zeichnen ich bin nicht gut aber es macht mir irgendwie spaß ich habe ein bisschen angefangen mir mein japanisch lehrbuch rein zu gucken nicht dass ich jetzt wahrscheinlich hier next step komplett alles lerne aber so das ein oder andere wort zu verstehen finde ich absolut fair also auch den streamern gegenüber und es macht einfach so viel mehr spaß wenn man noch ein tick weit mehr versteht ein paar sätze mehr zuordnen kann und so weiter ich werde wahrscheinlich nie in meinem leben so ein kanji hiragana katakana typ sein der sich das alles merken kann aber zumindest so den ein oder anderen satz oder sowas den möchte ich einfach verstehen und das sind alles so sachen die mich durch irgendwie hololife irgendwie dazu motiviert haben solche dinge zu tun und wie gesagt ich finde sowas erstaunlich und mir macht es einfach wahnsinnig viel freude und dementsprechend kann es halt sein damit warne ich euch vor für die leute die da keinen bock drauf haben es könnte sein dass vielleicht in zukunft der ein oder andere hololife oder beziehungsweise vtuber content auf diesem kanal passieren wird es wird einfach so sein wie gesagt noch mal es tut mir nicht leid denn es macht mir spaß es macht mir freude und es erfüllt mich momentan mit kreativität und glückseligkeit das ist ein bisschen zu tiefgründig aber ich habe einen riesen spaß an diesen streams auch wenn ich nicht bei also natürlich nicht wirklich alles verstehe aber und jetzt kommt es was ich wahnsinnig faszinierend finde an diesen streams ist dass man sich bestimmte sätze aneignet vom verständnis dass man durch diese übersetzungen manche wörter und so weiter jetzt mehr deuten kann dass man manche gesten und so weiter mehr versteht und je mehr man dieses streams schaut und mehr versucht mit diesen member von hololife zu interagieren desto mehr versuchen sie auch auf das ich sag mal englischsprachige publikum zu reagieren und auch sie versuchen ja teilweise bisschen englisch zu lernen also man motiviert sich gegenseitig ein bisschen gegenseitig diese diese sprachbarriere zu lösen man sie wird immer da sein aber man versucht dem ein stück weit entgegen zu kommen und ich finde das so faszinierend auf einer auf einer menschlichkeit ebene auf einer eine eine ebene die mir zeigt dass wie soll ich das sagen dass eine kommunikation zwischen zwei ländern oder zwei menschen dieser länder möglich ist auch wenn man die sprache nicht versteht und das klappt mittlerweile insofern sogar schon so dass man sich also dass man nur die eine seite sieht die anderen zeigen sich ja nicht wirklich man sieht die zuschauer ja nicht beziehungsweise die streamer sehen die zuschauer ja nicht und dennoch funktioniert die kommunikation irgendwie und ich finde das super ich finde das so ein positives bild was danach draußen gezeigt wird ich weiß es es durch diese englischen wie tuber die jetzt von hololife auch gegründet wurden durch diese ganzen streamer die jetzt sagen sie wollen jetzt auch wie tuber werden und so weiter wird es in zukunft schwieriger wir werden das gleiche problem haben wie wir es momentan mit anime und manga haben die leute werden mit ihren moral keulen vor der tür stehen und so weiter und so fort aber es sei auch dazu gesagt ist das alles egal ist das alles egal wenn es problematisch wird werde ich auch was dazu sagen momentan denke ich mir aber einfach nur versuch einfach nicht zu verstehen was die eigentlich wollen und vor allem versucht nicht darauf zu reagieren weil sobald man darauf reagiert warm kommt die keule zurück die haben ihr futter und dann let's go wenn man die nicht beachtet haben die nichts das ist wie das ist quasi in dem fall wir sind holz und die sind das feuer und wenn wir diesem feuer das holz also unsere reaktion wegnehmen dann brennen die aus dann haben die nichts was sollen sie denn machen sie können sich 100 jahre lang in ihrem eigenen kreis ärgern aber wenn die leute nicht darauf reagieren die ja angesprochen werden dann passiert meiner ansicht nach mit mittlerweile weniger als wenn man darauf reagiert und denkt man müsste gatekeeping machen oder sonst was und ja ich wollte das eigentlich gar nicht so ich typisch klassischer mehr so ein manga stil komplett abgeschweigt vom thema ich habe es jetzt trotzdem einfach mal gesagt und ja und das ist der grund warum es vielleicht in zukunft das ein oder andere hololive video gibt auf dem kanal damit wie gesagt müsst ihr leben es tut mir nicht leid weil es mir einfach spaß macht und weil ich mehr so ein manga einfach so gestalte nachdem worauf ich gerade bock habe die streams mit euch haben mir auch spaß gemacht das war nicht viele aber die die da waren die hatten scheinbar eine gute zeit und das freut mich und auch das wird es in zukunft geben ich weiß mein internet ist nicht perfekt aber für die leute die es aushalten können und die auch damit klar kommen dass es sein kann dass der stream irgendwann einfach abbricht weil mein internet weg ist sowas kann passieren muss nicht aber kann ja für die mache ich das gerne weiter weil ich einfach auch spaß habe an diesen streams wie gesagt das ist etwas was ich auch durch hololive irgendwie so habe mit auf den weg bekommen ich habe irgendwie gedacht hey warum warum streamst du nicht vielleicht das ein oder andere mal öfter es macht dir doch eigentlich auch spaß es macht dir doch eigentlich auch spaß du kannst dabei reden du kannst dabei spielen du kannst dabei mit leuten reden konversationen führen und das ist so etwas was mir halt bei den videos per se so ein bisschen fehlt die kommunikation mit euch ich habe keine richtige kommunikation mit euch im grunde nehme ich ein video auf ich sage meine meinung dazu ein paar leute lassen likes da paar leute schauen auch einfach nur zu und die meisten wenn du nicht irgendwie eine große summe an abonnenten hast oder an zuschauen besser gesagt dann ist die chance dass überhaupt ein kommentar zustande kommt halt super gering und das ist etwas was mir einfach fehlt und durch hololive habe ich entdeckt dass ich das vielleicht sogar brauche um kreativ zu sein dass ich das brauche um motivation zu finden für das eine oder andere video oder projekt dass ich einfach diese kommunikation mir fehlt und die möchte ich mir vielleicht in zukunft durch streams reinholen oder eben halt ja in sonstiger form und das ist etwas was sich auf diesem kanal definitiv ändern wird ich werde immer 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 dabei bleiben solange dieser kanal existiert er wird auch nicht mein ganzes leben lang funktionieren und ich weiß nicht wie viele jahre ich mehr so ein manga noch machen werde definitiv werde ich es behutsamer machen weil ich einfach wie gesagt angst habe von den strikes zwei kann ich so gesehen noch bekommen und dann ist es aus und das ist natürlich schon schwierig ich habe aber auch ehrlich gesagt keine lust über 1000 videos hochzuladen oder noch mal erneut hochzuladen dazu muss ich halt auch ehrlich sagen das wäre es mir persönlich nicht wert das ist so etwas was die leute die mit mir quasi mit mehr so ein manga groß groß geworden sind aber das wollte ich nicht sagen aber die leute die mit mehr so ein manga mitgewachsen sind sage ich mal wichtig dass die einfach so ein stück weit mehr so ein manga noch im kopf behalten falls es irgendwann nicht mehr existiert und mich vielleicht nicht ganz vergessen in der hinsicht und das würde mich schon mir schon reichen in der hinsicht und ja das denke ich wäre es für dieses info video nicht wie gesagt nicht das most uplifting mehr so ein info was es gibt aber es ist halt einfach nur mal der momentan stand und ich wollte euch einfach mal auf dem laufenden halten und ich werde weiterhin das machen was mir spaß macht und ich hoffe dass hier hier und da immer mal wieder das ein oder andere dabei ist wo euch auch vielleicht unterhält oder euch sogar spaß macht das würde mich freuen das ist letzten endes auch der sinn hinter so einem video weil sind wir mal ehrlich ich mache das nicht nur für mich ich habe lang lang genug überlegt warum ich das eigentlich tue und mir ist aufgefallen natürlich mache ich das nicht nur für mich wenn ich es nur für mich machen würde würde ich einfach die manga lesen und gute zeit haben und weitermachen zum beispiel aber ich möchte das teilen ich möchte meine meine freude darüber teilen ich möchte wollte eigentlich oder das war mal der sinn dahinter dass man mit leuten darüber spricht und so weiter aber podcasts sind immer halt schwierig zu organisieren und es finden sich auch immer weniger leute die zeit haben die lust haben und halbwegs gescheite Mikros also das ist aber sowieso schon immer ein Meso-Manga-Problem gewesen das gebe ich zu und mir ist aufgefallen das ist genau das was ich eigentlich schon immer haben wollte aber irgendwie nie so ganz erreicht habe Leute wollen einfach bei so einem Content nicht wirklich noch kommunizieren und ich würde lügen wenn ich sagen würde dass ich es nicht auch irgendwo verstehen kann bei einem Content mit mehr Bilder mehr Bewegung mehr Bäm sag ich mal da hat man vielleicht mehr Motivation den Menschen dahinter mit dem Menschen dahinter zu kommunizieren als wenn man einfach nur ein Standbild sieht und eine Stunde lang jemandem zuhört wie er Manga XY Anime XY Serie XY Hololive XY toll findet kann ich wie gesagt ich würde lügen wenn ich sage ich könnte es nicht verstehen und wie gesagt deshalb versuche ich halt einfach auf eine andere Art und Weise versuche mit euch Kontakt aufzunehmen und deswegen möchte ich einfach nochmal betonen wenn ihr es bis hierher gehört habt die Streams sind nicht nur ein also in erster Linie sind sollen die dafür da sein um mit euch in irgendeiner Form Kontakt aufzunehmen unabhängig vom Spiel das kann alles mögliche sein was ich spiele aber der Grund dahinter so einen Stream zu machen ist es ja quasi mit jemand anderem mit zu erleben mit euch da draußen die Möglichkeit zu haben zu kommunizieren was eben halt auf dem normalen Kanal Content ansonsten eher halt so gar nicht funktioniert und das macht mir Spaß und ich denke das ist doch eigentlich so letzten Endes die Hauptsache und damit bin ich mittlerweile im Reinen und ja ich hoffe dass vielleicht den einen oder anderen von euch das irgendwie motiviert hat vielleicht mal in den einen oder anderen Stream in Zukunft reinzuschauen denn das ist der wahre Grund weshalb ich Streams momentan mache arbeiten ich hoffe ich